Eine Routine ist im Kontext der Computerprogrammierung eine Folge von Anweisungen zur Ausführung einer bestimmten Teilaufgabe eines Computerprogramms. Der Begriff wird auch oft im Sinn der modularen Programmierung verwendet. Wobei die Routine zum Aufruf als unter Subroutine vorgesehen ist, siehe Hauptartikel unter Programm. Der Ausdruck wurde in der deutschen Sprache unmittelbar aus dem Englischen übernommen. In der Praxis entspricht der englische Begriff Routine auf dem deutschen Begriff Programm, Service-Routine ist gleich Dienstprogramm, Check-Routine ist gleich Prüfprogramm, Loading-Routine ist gleich Ladeprogramm, Utility-Routine ist gleich Dienstprogramm. Immer häufiger wird dabei auch im deutschen Programm von Routine abgelöst, zum Beispiel Interrupt-Programm, Interrupt-Routine, Unterprogramm, Unterroutine, Subroutine, in dieser Bedeutung sind Routine und Programm synonyme. Im Englischen bezeichnet Programm in der Informatik R Einzelschritte eines Gesamtablaufs. Während im Deutschen der gesamte Programmumfang gemeint ist, das ist im Englischen eher die Application Software.